Tag auch, da bin ich wieder, Big Adox Barbecue. Leute, wie ihr seht, es ist wieder Halloween. Und wir laden hier immer ein paar Freunde zu uns ein und machen dann immer so ein paar gruselige Essensgeschichten. Und da haben wir uns entschieden, was machen wir denn jetzt? Und wir machen genau das gleiche, was wir vor zwei Jahren gemacht haben, nämlich Funnel Cakes. Zum einen, weil die super lecker sind, ein geiler Nachtisch für alle und auch noch schön gruselig aussehen. Und weil wir dazu schon mal ein Video gedreht haben, nämlich 2020 und das eins unserer lustigsten Videos war. Wir hatten auf jeden Fall mega Spaß beim Drehen. Und so viele Neue auf meinem Kanal seit 2020 dazugekommen sind, haben wir gesagt, wisst ihr, was wir machen? Das brauchen wir wirklich nie neu drehen. Das zeigen wir euch einfach nochmal. Und deswegen re-uploaden wir das jetzt nochmal. Also ihr seht jetzt das Video Funnel Cakes zu Halloween von 2020. Und unser reguläres Video kommt dann jetzt im Laufe der Woche einfach. Also viel Spaß dabei beim Gruseln. Genau, Leute, wir machen heute Nachtisch und zwar am Grill. Wir werden es heute frittieren. Ihr wisst, ich bin nicht so der Superbäcker und immer wenn Teig irgendwie ist, das ist nicht so meins. Aber das wird wirklich so eine easy Geschichte. Das kann auch ich. Und gerade wenn es um Frittieren geht, das kann ich auch. Wir machen es im Dutch Oven. Finde ich, kommt richtig gut. Und ja, passt auch richtig zu der Sache. Ihr könnt dann natürlich auch dann, ich mache es auf dem Seitenbrenner, ihr könntet über die Infrarotzone machen oder über euren normalen Brennern. Das funktioniert überall. Das Öl sollte hinterher so 180 Grad heiß sein ungefähr. Ja, und ihr wisst, oder vielleicht seht ihr das ja hier auch so ein bisschen, wir sind so ein bisschen Halloweener-Fiender. Das heißt, wir haben da richtig Bock drauf und feiern eigentlich auch immer Halloween. Das werden wir natürlich dies Jahr nicht machen können. Aber als ich den Nachtisch gesehen habe und das war, ja, ich sag mal so, ja, von einem Jahr ungefähr nach Halloween habe ich den nämlich im Fernsehen bei so einer Fressshow gesehen. Und da habe ich gesagt, boah, mega geil. Erstmal so als Nachtisch. Will ich haben? Will ich fressen? Also will ich wirklich fressen. Und dann haben wir gesagt, boah, passt auch mega zu Halloween, weil mit ein bisschen Fantasie und mit ein bisschen Deko sieht das dann auch aus wie so ein Zermannstedt-Gehirn. Also finde ich mega geil. Deswegen machen wir das heute. Das Rezept, das haue ich euch natürlich wieder als PDF-Dokument hier unten unter das Video in die Infobox rein. Könnt ihr euch dann runterladen, in die Küche hängen. Und wenn ihr nächstes Mal nie wisst, was ihr für den Nachtisch machen sollt beim Grillen, ändert ihr euch vielleicht daran. Also, ich sag euch jetzt erstmal, was wir brauchen. Ihr wisst, bei mir nicht viele Sachen. Total easy. Ich habe hier 250 Gramm Mehl. Also erstmal die Grundlage. 300 Milliliter Wasser. Dann habe ich hier so, ich sag mal, einen guten Esslöffel Zucker. Ein bisschen mehr vielleicht. Lass es 20 Gramm sein. Dann brauchen wir einen Esslöffel, nicht einen Esslöffel, einen Teelöffel Backpulver. Hier das ganze Päckchen Vanillezucker. Ich habe hier noch drei Eier. Ein bisschen Salz brauchen wir, so einen halben Teelöffel. Und das war es schon. Das ist das Grundrezept. Mehr brauchst du nicht. Das hier rechts, das ist alles Deko. Denn wir brauchen hier Puderzucker. Das ist ein Muss. Das gehört da einfach drauf. Und alles andere könnt ihr so variieren, wie ihr wollt. Natürlich jetzt zu Halloween passt super. Hier eine gute Soße. Ich habe hier aber auch eine helle Soße. Das ist so eine Vanillesoße. Oder ich habe hier sogar eingefärbtes Puderzucker. Also auch eine richtig geile Geschichte. Und wir werden es hinterher ausfrittieren, wirklich so in Schlangen. Und dafür, ganz, ganz wichtig für den Funnel Cake, braucht ihr einen Trichter. Es gibt natürlich auch so professionelle Geschichten. So irgendwie, ich glaube Teichportionierer oder so heißen die. Da machst du irgendwie den Teich da oben rein, dann drückst du nur am Knopf und dann kommt das unten raus als Strahl. Ja, geht auch mit so einem Trichterfinger unten drauf und dann als Strahl. Und wie wir das gleich machen, das seht ihr ja am Grill. Ich würde sagen, wir fangen jetzt erstmal an, hier alles zusammen zu rühren. Das geht ja rambazamba. Wetter ist heute nicht so prall. Ich sehe aber trotzdem, der Mond, der ist ganz schön hell. Und irgendwie, Leute, ist mir heute auch so ein bisschen komisch. Also, lasst uns mal hier anfangen mit dem Anrühren. Und irgendwie, Leute, ist mir heute auch so ein bisschen komisch. Ich sehe mich, Leute, ist mir heute auch so ein bisschen komisch. Ich sehe mich, Leute, ist mir heute auch so ein bisschen komisch. Wetter ist mir heute auch so ein bisschen komisch. Ich sehe mich, Leute, ist mir heute auch so ein bisschen komisch. ja leute ich weiß auch nicht was gerade los war irgendwie war ich nicht anwesend geistlich naja auf jeden fall sind die mega geil geworden von jeder seite maximal 90 sekunden so easy peasy und lasst uns die noch ein bisschen dekorieren dafür kommt mal ran so leute mega geil wirklich das sieht so geil aus allein der puderzucker hat mir schon gereicht aber für halloween ist natürlich hier so mit erdbeer und hier so mit kirsch das sieht natürlich schon richtig geil aus und das werde ich halloween genauso machen und auf den tisch stellen dass da jeder so ein bisschen von snacken kann ja und ich probiere mir jetzt hier mal durch ihr seid natürlich dabei hier habe ich farbiges hier puderzucker normales puderzucker und vanillessoße drauf und ja mal probieren du merkst sofort klar die süßen war richtig lecker was eine geile scheiße die ihr so auf den tisch stehen kann entschuldigung dass ich dazu sag aber das ist wirklich wirklich geil probieren wir hier mal mit erdbeer ein bisschen was rein hier auch super da kommt eine hand pass auf dass ich dir nie abgebissen wird da noch ein bisschen sahne dran muss aber gar nicht was ja lecker leute probieren natürlich auch noch kirche ich meine das war nicht so fertige soßen könnte natürlich auch noch selber einkochen und so da war das wollte ich schon immer mal an diesen fanden okay ist heute tatsächlich auch mein erstes mal und da ist ja auch egal wie die aussehen die sehen halt chaotisch aus da kann man ruhig machen wie man will so hier kirche sauer kirche das wird ein geiler nachtisch für halloween aber auch generell so nach einer grillung eben bisschen was ins frittierfett da ballern am tisch legen weil einige werden sagen das ist doch jetzt kein barbecue doch ist es ist vielleicht kein grillen aber barbecue ist für mich alle male weil das ist so ein gang den du so als nachtisch halt hinstellen kannst wenn alle vorher sich ein schönes steak reingeballert haben und ich glaube damit wäre jeder glücklich was sagst du denn daumen daumen da oben sagt sie so leute das war für heute meine kleine halloween folge und ich würde sagen ihr abonniert noch meinen kanal aktiviert die glocke dann sehen wir uns beim nächsten mal und irgendwie juckt es mich noch und tatsächlich habe ich auch noch brand auf hat bestimmt also wir sehen uns snacken hier ein bisschen und ich muss erst mal was trinken also tschüss ich weiß auch nicht heute habe ich da irgendwie ja weil es wahrscheinlich kein richtiges blut ist egal so ich esse ja auch noch ein bisschen hier mit erdbeeren ich glaube ich kann das wieder auffangen so leute bis zum nächsten mal also ich hoffe ihr habt spaß gehabt bei dem video von 2020 und schreibt einfach mal in die kommentare was ihr so zu halloween macht da können vielleicht nächstes jahr mal ein zuschauer rezept machen also bis bald und happy halloween